Guten Tag, nächstes Jahr, wir haben heute ja wirklich Zeitung, ist klar. Aber ja, wir sehen hier Windows 11 Pro und jetzt ja, gehen wir mal wohin? Rechte Maustaste, schaut, ist es aus Windows? War bei jemandem, der Windows macht oder zeigt auf TikTok und so anders aus. Aber ja, Taskmanager geht nicht und so weiter. Tom, da ist es jetzt wirklich Windows, weil da steht Windows 11 drauf. Wird das so? Ah ja, kann ich mir irgendwo was sehen? Tom, da ist es tot, rechte Maustaste, das ist Eigenschaften. Ah ja, nee, jetzt ist es nicht. Datei befindet sich auf einen anderen Rechner. Wo aber dann? Hier allerdings schon. Aber ja, Dankeschön. Das würde jetzt vermutlich nichts sein. Das war jetzt eine Minute für Next Year zum Beispiel. Die Festplatte ist ausgebaut. Ich weiß, es ist Polizeisache, aber die ist versteckt. Tom, da ist es tot. Und auch dieses Tom, da ist es tot, das Tag und Nacht. Nur nicht, wenn ich bei Leuten bin. Dankeschön. Ja, Dankeschön.